Hallo, ich bin Johannes Kuhl aus Brüm und ich wähle Michael Ludwig, weil er sich für alle Menschen im Eifelkreis Bitburg-Brüm einsetzt. Mit ihm bleibt der Satz gleichwertige Lebensverhältnisse in der Stadt und auf dem Land keine reine Floske. Er ist im Landtag eine starke Stimme für unsere Heimat. Wählen Sie am 14. März Michael Ludwig, denn er ist natürlich tüchtig eifelsüchtig.